Hallo, ich bin meine Käse-Kätzchen und willkommen zu einer neuen Folge von Nixomonix-Tinzchen. Am letzten Mal haben wir Lydia's Drachen gezähmt. Irgendwie haben wir das hinbekommen und sie hat uns so einen Schreinschlüssel gegeben. Und ich hoffe, das ist dieser Schrein auch. Und ja, dann gehen wir mal da rein. Oh, das muss der Schrein sein. Ach nee, Coco. Da, die Tür ist jetzt offen. Lass uns reingehen. Mach dir mal. Ich warte draußen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Hat man wohl Angst, Leo? Hey, das ist doch... Dieser Ort ist einer der Elementschreine, genau wie bei der bei... Äh, wie der bei Ignitia. Ich wette, Lydia hat die Kraft dieses Schreins genutzt, um Euros auszubrüten. Und jetzt will sie, dass wir das gleiche tun mit unserem Ei. Ich hab's doch jetzt falsch gelesen. Ich will in die Kiste da. Wie komme ich da in die Kiste? Ich hab Angst. Achso, A. Und wer hat euch erlaubt, das zu berühren? Interessant. Das ist einer dieser Geister. Das muss ihr Grab sein. Nennt mich... Achso. Nenn mich... Nadine, ihr Deppen. Ich war der antike Tyrant des Sturms, Ventra, das zweite Kind von König Omnikron. Und mit diesen Flügeln erobertete ich die Himmel dieser miserablen Welt. Omnikron war ja auch ein Tyrant, der König der Tyranten, unübertroffen und vollkommen besiegt, nur durch den Betrug eines seiner Kinder. Aber ihr seid nicht hier für eine Geschichtsstunde, oder? Ihr seid gekommen, um meine Kraft zu verwenden. Nun, worauf wartet ihr? Holt sie euch? Was, wirklich? Einfach so ohne Kampf? Wow, das ist mal angenehm. Für einen Moment dachte ich... Wenn du mich besiegen kannst. Zu früh gefreut. Wie auch immer, wie schwer kann es schon sein, den Geist deiner alten Frau zu besiegen? Sehr schwer. Hm. Hier ist etwas Trivia für euch. Mein Vorgänger dieses Spiels haben sich unzielige Spiele über die Schwierigkeit... ... ... über die Schwierigkeit meines Kampfes beschwert. Die Entwickler mussten mich schwächer machen. Gut, ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Ich dachte, das wäre der erste Teil. Naja, egal. Es wird meine Rache sein. Habe ich Angst. Hm. Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Vorgänger. Ich ballere hier einfach jetzt die stärksten Attacken raus, die Shirent drauf hat. Weil Shirent ist eigentlich mein absoluter... ... ist der Einzige, der das hier parkt. Nochmal Elektrokraft, wenn er nicht schneller ist wie ich. Ich weiß, ich habe ja schon gehört, dass das Spiel schwer sein soll. Das kannst du vergessen, dass du geheilt. Der heilt sich, der Sack. Nochmal, komm. Einfach truffknallen, los. Schaffe ich das noch einmal, komm. Nein, schaffe ich nicht. Ich brauche Schirent, und zwar dringend. Super Wiederbelebung. Schirent brauche ich. Ich muss leider im Butzi ein bisschen abfahren. Bis... Aber er hält es bislang gut durch. Und das wollen wir ihm jetzt auch nicht übel nehmen. Dann ist Schirent jetzt erst mal... Alter, er läuft dich zu heilen, Junge. Kommt das Minus so vor, oder ist das... Ich heile mich auch. Ich habe damit kein Problem. Der muss doch mal langsam seine... seine Kack-Ausdauer verlieren, ja. Jetzt ist der aus... eingefroren, der Sack. Da nehmen wir irgendwie... Das kannst du vergessen, mein Freund. Nicht mit mir. Oh, nee. Max Elixier will ich jetzt nicht unbedingt. Komm, der hat bald keine Ausdauer mehr, Schirent. Komm. Der kann nicht mehr Fick angreifen. So, jetzt hat er keine Ausdauer mehr. Müde. Okay. Das ist jetzt unsere... unsere Chance. Komm, nochmal. Und jetzt machen wir nochmal... Elixier. So. Nochmal, Schirent, komm. Das schaffst du diesmal. Ich zweifle nicht an dir. Komm. Nochmal, los. Schirent. Das schaffst du. Ja. Ja. Oh, Schirent. Hm. 43. Und sogar unser komisches... So ist viel. Nun. Scheinbar wird meine Kraft in guten Händen sein. Komm her, Kitty. Nimm die Überreste meiner Kraft. Bennige den Wind nach deinem Willen. Element of Wine. Das Ei hat alle Kraft von Nadine aufgesaugt. Und es ist noch immer nicht geschlüfft. Meine Güte, ich habe noch nie so einen merkwürdigen Tyranten-Ei gesehen. Er hat bereits zwei Elemente in sich und will noch mehr. Kitty, was auch immer aus diesem Eischlüpft, wird die Geschichte verändern. Zum Guten oder zum Schlechten. Tutorial. Du kannst jetzt den Wind kontrollieren. Nutze diese Kraft an grünen Feldern wie in diesem Raum. Verlass jetzt bitte mein Kraft. Ich muss mich ausruhen. Wir werden uns sicher noch einmal begegnen, Kitty. Ich würde gerne deinen Tyranten kennenlernen, wenn er geschlüpft ist. Das wird für uns beide ein interessanter Tag. Okay, wenn wir jetzt hier diese grünen Felder machen... Oh. Guck. Ein Begleiterwult. Achso, hier geht es nirgends wohin. Okay. Wir vereinen uns mal. Und... Wie sieht es denn jetzt aus? Scherent ist auf Level 28. Hat sich schön hochgekämpft, der Gutste. Ja, dann müsste ich dann wieder mal trainieren. Kriegen wir schon hin. Hm. Alles in Ordnung. Während du beschäftigt warst, habe ich ein paar Sachen gefunden, die vielleicht hilfreich sein könnten. Ein Goldnext und Web. Okay. Na gut, Zeit zu gehen. Zurück zu Lydia. Irgendwann mal. Ah, da komme ich doch... Ah. Okay. Zack. Da komme ich jetzt so ab. Ohne dass ich mir jetzt groß Mühe machen muss. Aber... Ich möchte ja noch ein bisschen mein Team mehr trainieren. Ja, Scherent, der ist jetzt hier... Achso, ich kann ja nix. Alle anderen sind noch auf Level 25. Scherent ist stärkste viel. Dann muss ich mal ein bisschen trainieren, dann noch. Na ja. Bin mal gespannt. Ich finde das Gameplay ist sehr, sehr schnell. Das ist gut, so. Jetzt muss ich doch Scherent nehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob das nicht weiterentwickelt war. Ich glaube ja. Oh, du kannst dich nicht bewegen. Gut, mir aber leid. Glaub noch mal. Das ist gut, dass er auch mal an die anderen ein bisschen was bekommt. Der kann ja groß eine Spitte machen. Sackt. Wir haben noch mal Prügler. Wenn ihr jetzt alle eigentlich nichts gegen dich anrichten. Großartig. Ich prügele alle erst mal zu Tode. Gut. Hat mir sehr viel gebracht. Also wie schon gesagt, die Viecher müssen wir hier mal noch irgendwie trainieren. Weil sonst bin ich wirklich irgendwann Toter unterlevelt. Wenn ich es nicht schon jetzt bin. Äh. Oh. Wie so ein Stein. Geh mal weg. Also Scherent bereichert das Team wirklich ziemlich gut. Hätte ich jetzt nicht von dem komischen Elektrostrauß erwartet. Die ergänzen sich eigentlich gut. Der einzige, der jetzt so ein bisschen nicht gut kämpfen könnte, ist der, wo es geht. Die beiden müssen noch ein bisschen... Und auch die Katze müsste ein wenig noch mal trainiert werden. Ja. Sonst. Kämpfen wir auch noch mal eine Runde. Entweder ich mach's mal offscreen, dass die alle so auf einem Level wieder sind. Wäre eigentlich angebracht. Aber bevor ich offscreen noch ein wenig trainiere. Gehen wir noch mal zu ihr, ja. Wir wollen ja ein bisschen... ...Punkte sammeln. Weg mit dir. Ja. Hop. Ich bringe mal so. Oh, da reicht er eigentlich auf 40. Ich werde jetzt mal die kleinen Trinke mal wegmachen. Ich kann nicht mal einfach mal das kleine hier. Ach, das ist hier den schnellsten. So was. Ich will jetzt aber mein... Komm rum, mach du mal was, die keiner groß nischt machen mit dir. So. Hier mach mal Kombo. Nochmal Kombo. Er kann schon ein bisschen mehr schauen bei dir anrichten, aber wir wechseln auf. Komm, Sprengwasser. Perfekt. Ah. Ihr Butzi, du bist jetzt noch dran. Und neben mir auch den, das ist mir egal. Ach, der macht das schon bei 21. Ich dachte eigentlich, das dauert ein bisschen. Also jetzt dachte ich wechsel oder was? Was? Oh. 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 Scheren muss aber nicht immer zu drin sein, der... Das ist mir nicht immer zu drücken. Das ist mir so gut. Oh, das stimmt. So. Ich weiß nicht, aber es ist mir zu verändern. Ich weiß nicht, da kann ich das nicht machen. Ich weiß nicht, wie ich es war. Äh, hat er sich selber besiegt. Ich hab jetzt doch gar nicht so drauf geachtet. Und... Ton 3... ...erreicht. Level 27. Na gut, ich werd jetzt noch ein bisschen offscreen trainieren, dass die anderen jetzt auch so auf Level 27 kommen. So ne Drehe. Ja und... Wenn jetzt irgendwas entwickelt wird, schneid's mir rein. Wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns... Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei... Eximon Extension. Ciao und... Miau! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!